Moin, ich bin Daniela Matz, 29 Jahre alt und gebürtige Nordenhammerin. Ich habe Nordenham für ein paar Jahre verlassen, um studieren zu gehen und in Großstädten zu leben. Das war spannend und ich habe viel gelernt, aber ich bin dennoch zurückgekommen nach Nordenham. Ich habe hier Familie und Freunde, aber eben auch einen besonders tollen Job bei den norddeutschen Seekabelwerken. Hier im Personalwesen habe ich tolle Kollegen, spannende Aufgaben und eben auch Karrierechancen. Ich arbeite hier direkt an der Weser und habe eben auch noch die Nordsee vor der Haustür. Die Landschaft begeistert mich, ich kann hier meine Hobbys ausleben, ich bin Reiterin und habe auch einen Hund und ich bin hier einfach besonders glücklich. Auch wenn das Wetter nicht immer schön ist, heute ist es besonders schön und das genießen wir hier immer alle sehr. Im Grunde genommen arbeiten wir hier genau da, wo andere ihren Urlaub verbringen.